Willkommen zum Teamwagent. Wir sind fast schon wieder dieselben. Wir haben wieder auf der Botlane Parik und Laura natürlich und diesmal ist Xio top und Avenue Mitte. Chantau ist nicht dabei, wer weiß wo der unterwegs ist. Ich hab gehört er macht ein neues Trollseminar. Wahrscheinlich, ja. Und mal schauen, also das könnte richtig gut werden. Wir sind ja kurz vor der Bromo, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 87 Punkte oder so haben wir. Mit Xio und Avenue, da sollte das doch was werden. Ja, nicht viel rein. Naja, das ist ja normal. Ich mein, wenn man sich die letzten Folgen geguckt hat und Chantau und so, das ist ja dann ja nicht so schlimm. Kappa Kippo. Richtig reingefiedet. Die Gegner scheinen Laura zu kennen. Ist ja unglaublich. Wieso? Die haben einfach auch Mädchen dabei. Die sagen, Alena carried us, weil unser Team Laura carried us. Ja, aber ich muss sagen. Kampert eigentlich keiner von euch beiden. Alter, ich war vorhin, ich war vorhin. Alter, passt auf, sonst rushen die die Mitte down. What the fuck? Was macht ihr? Ja. Hallo Smokey. Wollen wir den Gromp machen Laura? Die Begeisterung. Jeder Support sagt immer nur, yeah Gromp. Das stammt der beim Gohlen, ey. Jetzt muss ich ihm auch noch helfen. Oh, Xio, du bist echt arm dran. Hoffentlich klau ich ihn mit meinem Doh. Alter. Oh Gott. Hätt das Chantau nicht schon geschafft, bzw. hätt ich's nicht schon geschafft, ihm den klauen zu lassen, so rum, mit nem Shoot raus, dann hätt ich davor jetzt nicht so Angst, aber wird schon. Behalt aber smite und smite ihn dann. Ha, 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 ha. Alter, ich trau mich nicht. Oh mein Gott, war das Klose. Oh mein Gott. Oh, sie lanes unten nicht wie Tryards. Goddamit. Echt nicht? Alter, gegen Mundo müsste es doch übel strong sein, oder? Ja. Hobei du hast kein Ignite mehr drin, ne? Also keine klaffende Wunden mehr. Scheißegal, ich rib den einfach weg. Oh man. Das Video geht keine drei Minuten und ich hab schon einen richtig geilen Fail gemacht. Warum? Hast du im Jungle geflasht? Ha, 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 ha. Ich hab mir den großen vorbeigeschossen und hab den kleinen getroffen und hab so nen übelsten Play gemacht, quasi. Hab den übelst out sneaked, den großen. Wow. Blöd nur, dass mir das irgendwie überhaupt nichts bringt. Den kleinen kann man ja nicht mehr smiten, Avenue, man kann ja nur noch die dicken Monster smiten. Echt? Das haben sie ja geändert. Ja, das haben sie ja geändert. Ja, das haben sie ja geändert. Anti-Noop-Lol. Ja. Damit der Avenue auch mal junglen kann. Mhm. Laura? Ich hatte ja gar keinen Stack, weil wir nicht bei der da hin waren. Und weil wer hat man da immer einen Stack? Ungewöhnlich. Was ist der alte Sack hier oben? Der alte Sack. Alter. Ich wusste gar nicht, dass Jarvid ein alter Sack ist. Natürlich ist er ein alter Sack. Was ist der denn sonst? Wie viel Leben hatte der denn? Oh. Jabben ist hier bei mir. Ich bleib den Sack. Ungewöhnlich kommt auch noch. Ich komm auch jetzt noch. Na, er hat wahrscheinlich ein Problem schon. Ich komm. Hilfe, 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 Hilfe. Der hat keinen Flash mehr. Der hat keinen Flash mehr. Okay. Alles klar. Sehr gut. Aber okay, den wollen wir nicht. Okay. Ich dachte gerade, der Typ ist oben und dann geh ich zum Red Buff und auf einmal macht er den. Das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Ja, sehr gut. Ich hab gesagt, der ist bestimmt top, der alte Sack. Und nicht, der ist top, der alter Sack. Hör mir zu, du alter Sack. Hab ich gesagt, natürlich ist der alte Sack top. Der ist bestimmt. Ne, ne, bestimmt hat das hier oben. Okay. Alter Sack. Dann hab ich einen Erik. Nice. Bot erneuern. Hm. Bot dann ist eigentlich relativ gechillt. Oh, Jabben kommt. Musste flashen. Ich glaub, er hat ja auch keinen Flash mehr. Hm, naja. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch weggekommen. Das war eigentlich gar nicht mal dumm von der Nami. Äh, Janna. Ich kann mal ein bisschen weiter zurücklaufen. Ja. Ich glaub, er könnte immer noch Bot sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, die spielen immer noch ein bisschen aggressiver. Ich glaube, der ist immer noch hier. Der ist bei mir. Okay. Gut. Job hat kein Flash mehr. Wo ist Top hin? Top ist noch da. Hat keinen Flash. Aber Ulti. Ich hab keine Ulti. Ich kann mal runterflashen erstmal. Okay. Job ist immer noch hier. Ja, ich hab's schon mal den. Gib mir grad ein Privatduell mit dem. Ist gewartet. Okay, Nass. Job. Das ist Base. Ich kann Backlower. Lass uns mal Backlower. Oh, Job hängt irgendwo in der Base rum jetzt. Hat Lucien auch hier gezogen? Ne, ne? Ja. Nee. Okay. Okay. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Ich TP mal nicht. So, Botland ist auch miss, ne? Die werden wahrscheinlich auch basen. Ach, Schadam. Hätt' wir vielleicht Drachen gehen können. Wir können die auch pushen lassen, dann kannst du Bot kommen. Ich glaube, ich miss. Darin ist beim Blut. Ich da. Ach, Gott. Ach, Gott. Ich hab keine Ulti, aber die hat wahrscheinlich Ulti, ja. Okay. Wie gesagt, wir können auch versuchen, Botlane was zu machen, ne? Good job, Xeo. Good life. Wir können die ein bisschen pushen lassen, wenn du willst. Und dann kannst du... Oder du kommst über Lane. Lane ist gewartet. Ich glaub, Jarvan ist auch Botlane. Ich hab hier auch mal Bot. Ich hab hier schon mal Platz. Ich hab hier schon mal Platz. Ich kann euch nicht wirklich helfen. Naja, kannst auch nichts machen. Kein Flash mehr. Alles raus, Lara. So, wieder Flashen. Ich hab TP theoretisch, aber nur Ulti, 45. Wollen wir den Dragon dann contesten? Ich glaube nicht Du hast keine Ulti, aber Nein, das bin ich weg Können wir nicht Können wir nicht Wir hätten es theoretisch versuchen können, aber Müssen wir eigentlich nicht Der Drache ist ja nicht so wichtig Der allererste Ja Portland ist miss Kommt, hopp Verstuhlt die EU Bin da Da Good job Und da ist mit Ich hab jetzt wieder Ulti ihm, wenn du die diven willst Oh Oh, oh lol Ich dachte, du hast die sicher Nee, nee, ich werde Pulli macht Ah, Junge Ich hab auch Schade Kein Glück dieses Game Hashtag kein Glück Ja, tippet auf top Xy was schon, war schon dick Ja, das ist Not bad Ja, wir haben immer noch eine Deep Ward, ne Ich lass den ein bisschen pushen Wir können den Diven auf top lane Aber du hast zu wenig Leben Vielleicht kannst du gleich Bot kommen mal Die pushen gerade ein bisschen Wenn die noch eine Wave herankommen Kannst du vielleicht teleporten Ich hab Ulti ab Ich würde lieber top mal ein bisschen rauspushen Weil sonst verliere ich zu viel Okay Ich würde den nicht free fahren lassen Wir hätten, ja, wir könnten den theoretisch diven Mit Avenue zusammen Nee, das reicht doch Kann ich wahrscheinlich auch alleine bleiben Ich hab grad richtig schön die Synergien In der Mitte gesehen Da haben wir das top Muschte flaschen Ich hab noch Blade Und eh gleich Ich hab jetzt wieder Ult WTF Was war das für ne Wursch Ich konnte weiter Hat der gereicht Vor allem Boah, der macht Ulti Den Damage der Lucian Wollen wir den jetzt killen? Warte, 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 warte Er pusht nicht weiter Ich hab zu viele Minions an den Naja, der pusht auch nicht weiter Ich hätte jetzt gedacht, dass er weiter pusht Soll ich? Go, 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 go Ich habe ein Problem Ich hab ein Problem Ich werde hier können auch abhacken Ahhhh Ich sag ja, die Synergie Wir reden gar nicht miteinander Wir können auch los Wir können auch los Oh, das war zu spät geturnt Nice, good job Sehr gut Okay Hat der noch geklappt Alles gut Good job, Xion Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich top verlieren, aber Stinkt das mal was Zwei Minuten noch bis zum Drake Willst du den verteidigen? Nee, aber wir können Mundo killen Nee, aber wir können Mundo killen Kannst du zu mir schießen? Ich hab halt keine Boots noch Vielleicht eh Nee, krieg ich da wahrscheinlich nicht, oder? Hm, soll ich guter was, oder? Soll ich guter was, oder? Oh, leines Reh Ich komm Lauer Wenn nächstes haben wir ihn Hm, ich hab dann abgegeben Nicht unbedingt worth Ich hatte da gar nichts Also keine Ulti und kein Flash wegen botlane Ja, ich hatte auch kein Also kein Flash mehr Mensch, 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 ich bin so useful, dieses Game Richtig gut Nice Du bist ja wieder worden Ja Aber ich kann ihn trotzdem ziemlich hart rippen Wenn er eins gegen eins immer noch Ja, das sowieso Vor allen Dingen, weil er Rüstung baut Ja, nochmal, denke ich Ey, ich mach beides gleich viel etwa Du machst ja eben Du machst kompletten Hybrid-Damage Ist eigentlich fies, was will man gegen Fist bauen? Wenn man mal so drüber nachdenkt Leben kannst du auch nicht unbedingt stacken Das ist ähnlich wie mit Jax, ne? Jax ist ja auch so Der macht ja auch Jax ist aber nicht ziemlich viel Jax macht trotzdem am meisten physical Ja, das Problem ist ja auch der Du hast ja zwei prozentuale Schadensquellen Einmal magisch und einmal physisch, ne? Wer kommt? Das ist der Dumme Ja, und wir sind ready Ich hab auch Ult ab Kein TP Der Typ läuft schon Ja, du's grad gewesen Aber im Hundowitter ist dann Ich pushtop Wir gehen jetzt direkt raus Das Ding ist aber im Hundowett Ich komm Ich komm Wir haben den, bevor die überhaupt reagieren, denke ich Hm, zwei Trunk richtig Lass den einfach droppen, wenn ihr könnt Ich komm Haupt gar nichts Ja, aber jetzt droppt ihr Kills Oh, ich bin dead Halt weiter, damit die nicht hinterherlaufen Okay Wenn wir Mitte defen können, dann ist es okay Ja, wieviel muss Peric kommen, wir gehen jetzt zu viert hin Na, Mundo TP top Eigentlich muss Xio Mitte jetzt und Peric auch Ihr müsst beide in die Mitte eigentlich direkt gehen Okay, sorry Ich komm Ich ruf mein Ash, das ist ein bisschen zu spät Ja, das ist zu spät Ja, das ist zu spät Ja, das ist zu spät Oh, bei den Dalven gerade Vielleicht krippt er da noch wen Nee, nee, die geht jetzt aber weg Hm, okay Dann müsst ihr das nächste Mal einfach sagen Ich wusste nicht, dass wir in die Mitte gehen jetzt Jo Dann lauf ich so groß Das heißt, das Problem ist wirklich für mich so obviest, dass man das jetzt machen soll Naja, gut Aber das muss ich mir einfach angewöhnen Wir können Konter mit ernehmen, ich komm auch Wollt ihr, ich hab die P in 50 40 40 Naja, das war so dumm, ey Das war richtig dumm Okay, ich hab Infinity Scheiße Genachield, ey Ja, vor allen Dingen die Ludo auch einfach nie Na, die ist doch super schnell, ne, mit ihrem Rhymsee Ne, die Outplayt mich einfach jedes Mal Einmal dodge links Einmal rechts Bin auch bot Nee, nee Ich hab alles daneben gerauen Hehehe Dieser Elven hier Witz, ich schüttel meinen Kopf so, während ich hier so sitze War der Jarwin auch oben? Ja, ne? Ja Okay, ist jetzt Mitte Ah, die haben da Mord drin Ich weiß nicht, dass du da bist Oh fuck Alter Da kommt auch noch von hinten Holy shit, Alter Das ist übel Holy moly Du musst viel früher flashen Ja Scheiße Ich hab gedacht, dass die schon tons of damage macht, ey Ich hab gedacht, dass die schon tons of damage macht, ey Ich glaub die bin schon weg mit Jenna Ich bin eigentlich dran an denen Ich bin eigentlich dran an denen Also ich kann da einen kicken, wenn er wollt Ich kick Lulu Ja Okay, ich kick an Jan gar nichts Alter Die war so fast Ja Ja Habe ich mir auch richtig rein welten lassen von der Ich kann nix machen Die sind alle zu big Fuck Goddammit Das Game, Alter Läuft grad gar nicht gut Alter, das stummt Reno Was macht ihr denn alle? Äh, keine Ahnung Bei mir klappt gar nichts Also das auch grad wieder so richtig Das zeigt, wie das Game für mich lief Oh, Alter, der Mundo, ey Nee Nee Ich bin done Ja, noch nicht aufgeben Das ist noch lange nicht verloren Nee Aber ich kann nix machen gegen ihn What the fuck Ihr seid alle so negativ Ja, das ist auf jeden Fall noch Wir haben erst ein Dragon verloren Das ist kein Problem Ja, vom Farmer geht es eigentlich noch Ja, du hast ja auch nicht so viel mehr Items als ich Aber der war auch noch nicht back Wollen wir für den nächsten Dragon contesten oder ja nicht? Ähm, ähm, ich kenne auch, wir sollten einfach barren gehen, wenn der Dragon kommt Ja 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 Ich glaube, wir sollten einfach den Wir gehen einfach alle rüberjumpen Ja So dass die die können Okay, ich mach mich schon mal So langsam Botlin ist eben ein bisschen reingepusht Ich hole mal noch ein bisschen Roster Und dann kriegt man das locker hin Oh, wir stehen noch ein Kick-Riegel 40 Aber die gammeln schon alle rum Das wird einfach nicht zu früh hingehen Ich geh mal von oben rum Ich geh mal von oben rum Sonst gehen die Warden Die sind eben schon am Dragon Die machen grad... Die haben grad Scuttler gemacht Ja, die gammeln da jetzt voll und kann auch um Mundur Mundur geht Warden Oder? Ja Keine Ward Der Typ hat keine Ward dabei Ich glaub, der checkt einfach nur Okay Ähm Ah, wobei Jetzt können wir's... Nee, never meant it Ja, sein Neuing Ex Mundo Müssen halt irgendwas machen Was ist denn weggekickt von mir? Ja Ja Musste ich doch Die Frage ist warum Laura nicht Stunnen? Das ist die schwande Frage Ja Ich kam... Also er ist auch an mir vorbeigeflogen Und dann wollte ich für den nicht extra Ulti ziehen Weil ich erst immer dachte Okay, den haben wir Aber dann haben wir... Nur greedy für die Ultis Und da raus Ansonsten wäre der locker weggelaufen halt Keiner, okay? Tot Shit Ich komme zu dir, Revenue Oh, nevermind Aber offen Dieser Avenue Na schade, ey Schade, der Mundo da gewartet hat Das ist... Clever Also in Solo Q-Mod hast niemand, ne? Ja Irgendwann da wird einer von denen locker gecallt haben dann, ne? Kann den nicht aufhalten Ne, ne, ne No fucking way Soll ich versuchen? Hat die Ulti die Lulu? Wahrscheinlich Ich glaube die Lulu hat ne Ulti, ja Backzone Ne Ne, dann lass einfach... Zu... Zu viele Schilder halt einfach... Um die aufzuhalten Zu viele Schilder halt einfach... Ich hab TP in 20 Du musst eigentlich Mitte kommen Eigentlich muss ich den Redblock nehmen Dann nehm ich ihn mehr als Split-Bush-Presher Ja, musst du bloß holen, weil sonst kommt Mundo gleich Oh, ich komm hier im Back Dann komm ich mal noch zum Schade Ripp hin Ja, wir müssen jetzt einfach stallen Ich glaub das müssen wir jetzt so mindestens bis Minute... Soll ich Top-Crasher und soll ich helfen? 30 bis Dorn Ich würd sagen Crasher Du hast doch Teleport, oder? Ja Ja, dann kannst du ja sowieso Top-Crasher Keine Antwort Wir müssen versuchen einfach nur die Minion-Raves zu klären Ich glaub der Tölt wird mir nicht ganz schwer Die haben zwei Schilds leider Die haben Mundo halt Ich kann einfach draufrennen In ihren Schilden Q rein, direkt in die Vape rein, krieg Q Die wir Muss, muss schneller gehen Okay Du hast da... du hast da die Chance Das locker flockig zu klären Musst auch unbedingt nutzen Okay Ne, den Bot gehen Mundo geht top Mundo ist ge-recalled Mundo ist ge-recalled Mit TP können wir die vielleicht sogar fighten Mundo hat auch TP Ne, ne, Mundo hat doch links TP da nicht Jaja, der Nash auch ge-TP Sind wir Terroge einer mehr haben? Mundo ist der noch ziemlich fair Durch die Heals Daran zu kommen Versuch ist es wert Aber wir können das versuchen Dann Xio steht nicht ready Lasst mich lieber eins gegen eins den Typen abhören Ich mein, die haben eh guten Disengage Mundo ist schon ziemlich krass Mundo ist schon ziemlich krass Mundo ist schon ziemlich krass Nice Ich steig den ja weg Mundo hat die vielleicht nicht gehört und uns hat's fahren lassen Mundo ist ja Mundo ist ja Wegen der einen noch nicht gere-cold Alle noch hier Ja, dann Easy oder nicht Ja, dann Wir müssen kerner nicht hören Jarman, halt, ja Speed Engage Jarman kann hier sein Ja, Jarman, recalled jetzt denk ich Ähh, ich helfe den Turm Ich weiß nicht, ob ich den Bock Ich denke nicht Ich versuch's Ne, schaff ich nicht Schade Ja, ich bin halt immer noch butterweich. Ich kann... ...kommen ran. Na ja. Die haben schon ultra viel Wurst. Überleg, ob ich auf Witzend gehe, um den noch mehr zu killen. Ich denke, es macht Sinn. Ich muss eh nur splitpushen. Ja, solange wir da zu viert halten können... Ich gehe Witzend. Ja gut, wenn Lolo gegen dich geht, kannst du ja nicht mehr spielen. Mit Witzend schon. Ja, selbst gegen Lolo sehr Witzend gut. Oh, ich kann doch mit meinen jetzigen Items gegen die splitten. Denke ich. Die Frage ist, ob ich den... ...Wacken stehlen soll. Also, ob ich es versuchen soll. Wenn die sterben gehen. Soll ich botten gehen? Ich denke schon, oder? Ja, botten sind halt noch Türme, ne? Ja. Ja, das ist ja genau der Punkt. Und Baron. Wir werden jetzt für den Baron gehen. Und den vorbereiten. Da kann ich nicht hoffentlich... Die werden Drake gehen. Die werden, denke ich, nicht pressern. Weil denn die wollen, dass wir, Drake... ...versuchen zu stoppen und selber fern gehen. Dann versucht halt... Ja, dann lasst halt versuchen, die für den Baron zu gehen. Ich hab TP ab. Ich hab ja mal zugebracht. Ich hab alle hier. Ja, die werden das wieder so machen, wie gerade eben. Mundo wird einfach da sein. Mundo so schlimm? Ja. Ja, ja. Ein Mundo reicht auf jeden Fall, um mit zu stoppen. Ich hab den grad gedeibt. Alleine, ne? Ja, aber du bist ja auch fest. Ja, die kamen da. Du machst percentual damage. Ja, die kamen da. Fliegen her. Boah, ich kann nicht mich auseinanderrippen. Der Dragon ist jetzt da. Wenn wir die Dill machen, müssen wir dafür gehen, denke ich. Und wenigstens versuchen. Wir haben übelste Damage. Die haben schon den Deck. Die haben schon den Deck. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Zum Verteidigen. Ja. Ich hab versucht, die zu flanken. Gehen bot. Ich glaub, das sollte einfach top gehen. Nicht bei uns sein. Den bringt nichts. Problem ist, wenn er top geht, dann werden die jetzt... Vielleicht fluchtrauen und dann zum Bauen und dann kann er wieder nichts machen. Ja. Das ist das gut. Der Trill wird hundert Prozent drauf gehen. Ja, den müssen wir toppen. Können nur noch so viele Minions wie möglich mitnehmen. Geht da, top. Jetzt muss der Bot sein. Xeo und pushen. Und wir gehen runter hier in top. Ich soll den Red nehmen. Achso. Ja, aber jedenfalls, du musst dann in den Bot gehen. Weil sonst haben die Bauenkontor. Ja. 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 Na gut. Den Turm, den werden wir sowieso nicht verteidigen. Ja. Ja. Aber jeder... Je schneller der Turm fällt, desto schneller fällt der Inhektor. Das ist das Problem dahinter. Ja. 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 Hier ist mein Chasen und im Baron gehen. Die sind alle los. Mundo hat aber TP. Mundo kann nicht dealen. Easy. Boah, alter, die Shields. Ere Punk. Close. Nice. Nice, den habt ihr. Ja, wir können trotzdem keinen Baron. Fuck. Alter, Doppelscheats. Holy... Was? Oh, nice man. Haben wir für Barrow-Game? Ähm... Ne, nicht gegen Mondo. Okay. Ich darf... Ich darf top. Puh... So annoying... Aber Lulu-Jenner war schon immer gut. Passt nicht gleich Botsplitten am besten. Ich nehm die immer noch alle auseinander. Die sind jetzt alle wieder ab. Kann sein, dass die jetzt für Bayern gehen. Du bist immer noch da. Oder pushen mit da. Eins von beiden. Laura mach nicht die Kappe. Geh lieber weg. Wir brauchen dich hier auf der oberen Seite. Das ist wichtiger. Du müsstest top soweit es geht raus klären, ne? Hm. Ja, ich war grad schon draußen, aber ich hab mich nicht weiter raus getraut. Schaffst du Mitte alleine Avenue? Ja, ne? Ja. Wenn du sagst, der Wunder ist, das ist egal, aber... Ja, und das Bot. Ist gut für uns. Ich hoffe, dein übeles Hits hat. Versuch top ein bisschen raus zu pushen noch. Ja, das kann eigentlich durch niemand rippen gerade oben. Okay. Oh, der frische Fisch. Bei dem zuhause raus. Naja, ich glaub nicht, dass wir reiten tanken. Ich pushe top weiter. Mit? Drack. Wir hätten irgendwie Vision auf mich. Oder haben sie es einfach nur gedacht? Ja, ich muss reconnen. Ja, ja. Ich komm' back. Ich bin da. Ich bin da. Der Pumbrez geholt. 420 Sekunden. Erstaunen. Bin tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tut mir leid, Boys Hier für'n Drake Ist das der vierte? Der ist noch nicht ab eigentlich Ist der geteilt? Er kommt jetzt 35 45 Seitdem ich hab mich geteilt Der kommt jetzt, der kommt jetzt Okay, ich hab mich verteilt Alter, irgendwie läuft gar nichts Dieses Game Ich time nicht mal richtig Keine Ahnung Ich pushe top aus Schon wieder zwei dicke Minions Oh, ich würd sagen, wir sollten die versuchen zu fighten, oder nicht? Ich geh in base und dann komm ich mit ab Ich hab home guards Ich bin jetzt Ich geh in base Ich geh in base Ich geh in base Oh, ich sollte rechtzeitig kommen, oder? Ich kann nix machen, der Mundo er hält mich einfach komplett weg und ich kann ihn auch nicht ignorieren weil er super viel Schaden macht. Können wir bei anderen gehen? Oh man, kein Game. Oh ich komm mich gar nicht rein. Hast du ne Shield weiter? Ja. Achtung, Incoming Failsmite und Janna Stealed. Das ist ein Shatter. Ich bin auch da inni, bist du da oben da ne? Bist du in Avenue? Gut. Ich push bot draus. Ich bin kein Baron Buff. In meinem miesen Game hätte ich mir diesen Failsmite zugetraut. Keine Ahnung. Richtig reingeranzt, Alter. Wir haben noch 3 Minuten 30 bis der Drake kommt. Der wird wichtig. Gut, dass wir den einen nicht toppen leasen. Im Nachhinein. Das wäre wahrscheinlich schon nearly over. Ich würde sagen, sie hätten dann ganz schön mehr Druck auf uns. Ja. Ich glaube, der hat einen Lifestyle gebraucht. Und einen BT. Und ich. Keine mehr. Du kannst Mut eigentlich gar nicht attacken. Du bist einfach direkt gestern. Aber die haben überall Vision wahrscheinlich schon. Wenn wir uns jetzt fighten, wäre es eigentlich ziemlich gut für uns. Denn wir haben jetzt gerade einen Baron. Eigentlich wäre es so unter, oder habe ich gestern. Ich hab leider kein dp Botlane ist immer noch im pushen Ich geh wieder weg Botlane wird jetzt wieder respawn Soll der letzte super minion sein Ok Da ist so ein Wartel drin 2 Minuten noch Bis zum break Mit dem müssen wir kämpfen Ja Wegen der Scrap, ja ne? Wir sollten eigentlich schon Wir sollten hier irgendwie ne Trap aufbauen Im unteren Jungle Vielleicht kriegen wir den Bot Tower Problem ist Toplane fahren sich grad ne riesen Wavern Ich brauch mal hier ne Trap auf Ich hab tp in 30 Sekunden Ich kann damit ran gehen Wir müssen eigentlich mit Wir müssen die fighten wenn die in uns reinlaufen Kann man Lulu instinkampen Duschen vielleicht? Ja Duschen weiß jetzt dass wir hier sind Alter ich bin komplett out of possession Und Lulu hat auch nix mehr Lulu Lulu nice Ich hab gleich Schill 2, 2 Sekunden Ich komm Kriegt ihr den? Ne ich glaub der chased uns Ja ihr kriegt den Keine Ulti mehr Keine Ulti mehr Ich will nicht wegen Keine Ulti mehr 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 Wir müssen uns echt beeilen Ja Ja ich mach eben die Wave und dann komm ich direkt Hast du auch geflasht wer ist hier? Ich? Ich hab nicht geflasht Ach Xio Ich hab geflasht Ja ich auch Für den Lucien Ich hab noch flash Vielleicht krieg man jetzt direkt nen Play wenn die zu uns gelaufen kommen Ich komm jetzt ich werde einfach übel agro gehen wird da doch rein checken oder zehn sekunden nur mit den rausziehen das ist wichtig die sind schon da wo vorsicht die p kommt die haben den weg natürlich können wir Was the fuck? Wir haben die beiden Carries. Okay, nice. What the fuck. Ja, ich war schon down halt. Wir können nicht fighten, wir killen schon zu tiefer, ne. Du könntest niemals fighten, Jungs. Ich hab früher gesehen, dass wir den fünften Drake hatten. Ich mein, da macht der so viel damage. Wir könnten wahrscheinlich sogar finishen. Wo wie er es ist. Nicht übertreiben, ne. Denk dran, der Mondo macht halt relativ viel due damage jetzt. Egal, der Mondo rapp ich. Bis 10. Ich hab gleich Ulti. Wird knapp, wollen wir? Kannst du das mal mit? Äh, ich glaub ich ja auch nicht. Lass noch nen Turm nehmen. Ja, den Turm könnt ihr nehmen. Oder den Mondo. Mondo ist ziemlich free. Jetzt sollte der raus. Nimm den Turm. Ich kann nicht attacken jetzt. Ne, lass rausgehen. Ich hab in 10 Sekunden das Ult. Ihr solltet einfach rennen, denk ich. Wir haben keinen Mondo. Wir sollten zurückgehen und dann gleich wieder rein. Okay. Belegen, ob ich ne Trap aufbaue. Ja. Der geht auf bestimmt Bond. Du spielst auch gar gar nicht Catelyn. Fuck. Auf mich zu treu. Äh, dieses Game. Intense. Aus. Ja. Geronimo. Aufpassen mit Lulu Chasing extrem schnell. Ich hole mir den Red. 45 Sekunden bis zum Barrel, ne? Ja. Das ist Top-Bot. Ich bin grad Top-Fertig. Ich gebaron worden. Okay. Naja, okay. Wie hast du noch TP? Ne. 170 Sekunden. Ich pushe ein paar Transparen. Ich hab jetzt aber Run-Greens. Das heißt, ich bin tanky und mach tons of damage. Oh, wann ist Red Buff? Oh, den hätt ich gerne einen Red Buff jetzt. Oh, Perry kann ich ihn genommen. Ah, sorry. Ich wusste nicht, dass du den nimmst. Ist auch okay. Ganz schön. Wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Wir autenten gleich viel. Crap? Ich komme. Ich hab auch Ult up. Jummel kommt. Ich kann jetzt auch durch den Mundo durchschreddern. Ist gar kein Problem. Adele? Er wollte die Crap smarten. Ich hab's jetzt wegesplattet. Ne, ich hab nicht gesehen wegen. Krieg ich das? Ne. Er kann eigentlich nicht mehr ein bisschen kontrollieren. Einfach mitte reinpushen. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Hättest du den eh gefailt. Das wär so lustig gewesen. Wie soll ich denn den eh failen? Ich hab schon einige Fists gesehen, die sowas gemacht haben. Toplane pushed auch für uns rein. Ja, aber Botlane gegen uns. Botlane ist gar nicht mehr so wichtig. Toplane der Inhab Torred ist doch auch angeschlagen. Die werden da auf jeden Fall dürfen. Ne, der hat's wieder auch regeneriert. 100 pro. Der Inhab. Die werden jetzt gleich an Inhab kommen, ne? Die Minions. Die haben grad ihre Schildern alle down. Ich hab noch Flash QSS. Ich hab noch Flash QSS. Lass mich jumpen. Ich hab noch mehr drauf. Ich hab nur noch die Janna bekommen. Das war's wohl, oder? Ja. Ne, wenn ich jetzt levin' das schon am Körper. Ich hasse solche Gann. Wo einfach nichts funktioniert. Ich kam leider nicht an niemanden. Ich kam an niemanden ran, ey. Und dann als ich mal an die Lulu ran kam, war die gerade im Sauerglas. Und dann kamen wieder die tausend Schilder. Super unlucky, ey. Der kam auch nicht so gut an den Lucien ran. Der wurde hart protected von der RDSG. Wir müssen, wir hätten zuerst die Frontline killen müssen. Ich hab die Backlanger. Also das Avenue of Backlanger ist okay. Alter, ich hab... Lulu hat direkt auf Lucien geultiert und der ist rausgegangen. Dann hab ich direkt backgepottet, aber... Direkt wie du so wilder Hengster hielt vorne gestirmmt, ey. Ich hab versucht an den Lucien ranzukommen. Aber Janna, Lulu, unmöglich. Die haben mich so weggesoned. Alter, ob ich ein Damage gemacht hast. Ja, was wahrscheinlich Moos Damage stellt. Ja, das ist echt viel Damage. Ich will sehen, was ich mehr gemacht hab. Physical oder Magic? Jetzt gucken wir doch mal. Physical... Ja, passt gleich. Weniger... Weniger in Magic auf jeden Fall. Mehr Physikal. Ja, ja, wow. Ich sag ja, der macht beides. Eigentlich ziemlich krass. Der W macht halt super viel Schaden. Viel magischen Schaden. Ja. Naja. Genau. Gut, Leute. Das war's mit dem Team Hackett. Leider wieder verloren. No team can't carry. Xio can't carry. Dann check die Beschreibung aus. Facebook von Xio Avenue und Kanal von Peric. Und dann stehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Haut rein. Passt es noch. Naja. Ja uwglebsklass.